Hallo, mein Name ist Dominik Heber, ich bin Abteilungsleiter bei der Firma Elobau in Leutkirch. Die C-Place Essex Maschine ist genau die Maschine, die wir brauchen. Mit dem CPP Bestückkopf und dem OSC Package kann die hocheffiziente Bestückplattform mit unterschiedlichsten Bauelementen und Bestückkräften arbeiten. Von ganz kleinen und empfindlichen passiven Komponenten bis hin zu robusten OSC-Schwergewichten kann die Maschine alles bestücken. Aber auch bei den Zuführoptionen hat uns die Maschine überzeugt durch ihre Flexibilität. Sie bestückt von Gürten, Stangen, Bolts oder Trays. Hinzu kommen ein flexibler Mehrfachtransport und die Bestückung von übergrossen Leiterplatten. Die C-Place Wechselportale bieten uns flexible Skalierbarkeit, so können wir in vorhandenen Kapazitäten besser auslasten und Engpässe vermeiden.